Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend. Wir sind heute Abend hier mit Frau Eser, die aus ihrem Buch vorliest. Wir fangen einfach an mit dem Kurzinterview. Frau Eser, wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Wie bin ich zum Schreiben gekommen? Ich glaube, das war ein sehr starkes Bedürfnis, mich auszudrücken. Ich glaube, ich bin mit Poesie aufgewachsen. Mein Vater hat mir immer Gedichte vorgelesen. Das hat mich sehr geprägt, glaube ich, seit meiner Kindheit. Er hat mir immer klassische Gedichte vorgelesen, die ich nicht verstanden habe. Dann hat er versucht, mir das zu erklären. Das habe ich meistens dann auch nicht verstanden, aber es war immer sehr schön. Dieser Einfluss war einfach immer da. Ich denke, für Leute, die gern künstlerisch tätig sind, ist es immer so ein Bedürfnis, sich auszudrücken. Also es liegt in der Familie? Nein, mein Vater hat keine Gedichte geschrieben. Er hat sie gerne gelesen. Frau Iser, warum muss man Bestimmung unbedingt gelesen haben? Man muss sie nicht unbedingt gelesen haben. Man kann sie lesen. Also man sollte sie vielleicht lesen. Bestimmung, ja. Ja, Bestimmung ist, also ich glaube, es ist ziemlich persönlich. Also wenn man vielleicht einfach auch meine Welt, mit der ich mich so beschäftige, und vielleicht auch ein bisschen als Person kann man hier in dem Buch schon sehen. Ja, es ist sehr facettenreich. Es hat teils so auch autobiografische Teile, aber es hat auch Teile, die was mit meiner Arbeit zu tun hatten. Ich habe in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Das ist eigentlich geprägt von dem. Und dann hat es einfach auch mit meiner Beschäftigung, mit dem Sufismus auch zu tun. Das ist, glaube ich, alles da mit reingeflossen. Okay, klingt ja sehr spannend. Haben Sie beim Schreiben Fehler gemacht, oder könnten Sie jungen, neuen Autoren Tipps geben, welche Fehler Sie unbedingt vermeiden müssen? Also ich glaube, der größte Fehler ist immer zu denken, dass man nichts kann. Oder dass es schlecht ist, was man geschrieben hat. Also ich denke, man sollte einfach immer weitermachen. Weil wir uns auch weiterentwickeln. Und wenn wir auch weiter schreiben, entwickelt sich auch das Schreiben weiter. Und es ist einfach eine Reise. Man muss einfach den Mut haben, auch wenn es am Anfang so null Resonanz gibt. Vielleicht auch von Freunden. Auch die beste Freundin findest. Vielleicht scheiße. Egal. Man soll trotzdem weitermachen, weil ich denke, alles, was man liebt, irgendwann mal fängt es an, auch zu wachsen und zu blühen. Und einfach dranbleiben. Sich nicht aus der Bahn werfen lassen. Ne, und vor allem sich auch nicht zu sehr von der Meinung anderer abhängig machen. Weil es ist ja mal nett, auch eine kritische Meinung zu hören. Aber ich kann sagen, am Anfang habe ich echt keine, auch meine Freunde, es waren jetzt keine Leute, die jetzt gesagt haben, oh, Sarai, du hast jetzt total Talent. Mach unbedingt weiter. Das wäre es total erfolgreich sein. Aber ich habe halt trotzdem weitergemacht. Und ab irgendeinem Punkt findet man auch die Leute, die was damit anfangen können. Oder wo es einfach auf Resonanz stößt. Ja, es geht ja immer beim Schreiben auf Resonanz. Wenn etwas mit mir selbst auch resoniert, dann mag ich das meistens. Ja. Gut, die Resonanz, die haben wir ja gefunden. Dürfen wir uns denn auch weiteres von Ihnen freuen, Frau Isan? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, viel. Sehr viel. Komm, also ich habe in dieser Corona-Zeit, glaube ich, so viel geschrieben, wie noch nie in meinem Leben. Weil ich hatte ja sonst, was soll man sonst machen, wenn man die ganze Zeit zu Hause ist. Und also ich habe wirklich vieles geschrieben. Also ich habe ein Drama geschrieben. Ich hoffe, dass es irgendwie veröffentlicht wird oder vielleicht auch irgendwo aufgeführt wird. Dann mein nächstes Gedichtband kommt nächsten Frühling raus. Das ist eine poetische Konversation mit einem anderen Autor, der aus Guayana ist, aber in England wohnt. Ganz interessante Geschichte, weil wir hatten überhaupt nicht vor, wir wussten überhaupt nicht, was es wird. Also es war einfach ziellos. Also wir hatten wirklich kein Ziel. Wir wussten nicht, was es ist. Er hat einfach nur gesagt, Sarah, schreib jetzt da was drüber. Dann habe ich gesagt, okay. Und irgendwann hat er mir dann auch eine Antwort beschrieben, aber auch in Gedichtform. Dann hat es was wieder mit mir gemacht. Dann habe ich daraufhin ihm dann geantwortet. Und irgendwie wurde das zu so einer Korrespondenz. Ja, aber zu einer poetischen Korrespondenz. Und irgendwann habe ich gesehen, wow, das sind ja 60 Gedichte jetzt geworden. Wo haben wir es damit? Ja, Verlag suchen. Machen nicht ein Buch da raus. Aber es war wirklich nicht das Ziel. Das Ziel war überhaupt, also wir wussten ja gar nicht, wo es hingeht. Ja, also das kommt und ich arbeite auch jetzt an einer Anthologie über persischsprachige Dichterinnen des letzten Jahrtausends. Das wird ein größeres, auch sehr rechercheintensives und übersetzungsintensives Buch werden. Also da arbeite ich auch grad dran. Und ja, ich arbeite gerade an vielen Projekten. Von denen her auf jeden Fall werden sie noch was von mir. Dann freuen wir uns natürlich auch, wenn sie mit all diesen Projekten gerne zu uns kommen zum Lesen. Und dann sehen wir uns noch ganz oft in der Zukunft. Aber jetzt dürfen sie aus Bestimmung lesen. Danke sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.